Nein, es ist eben keine Herrgott, Leute, ne, wenn, dann bleiben wir doch bei der Wahrheit. Wir verkünden ja keine Wahrheiten, sondern wir wägen ab zwischen unterschiedlichen Interessen und Aspekten. Herrgott, Leute, ne, wenn, dann bleiben wir doch bei der Wahrheit. Das ist das, was manche nicht verstehen. Wir reden ja hier nicht über Wahrheiten, wir verkünden auch keine Wahrheiten. In der Politik geht es nicht um Wahrheiten. Aha. Es geht um Abwägen. Aha. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Aha. Es geht um Abwägen.